Torbide, Torbide, entfreunde Land und wir Torbide, Torbide, die stehen hinter dir Torbide, Torbide, mit voller Kraft heraus, ja so sehen sie gerendet aus Torbide, 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 und damit der Spielstand jetzt 1 0, fürs Schützen waren mit der Nummer 31, Rian Mitter. Und wir haben soeben gesehen, dass 2 zu 0 für Turbile Botsdam, Torschützchen, war wiederum mit der Nummer 31 an der Mittag. Tor für Turbile Botsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 31, Anja Mittag. Tor für Turbile Botsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 31, Anja Mittag. Tor für Turbile Botsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 27, Konstantin Seidel. 4 zu 1 für die Gäste aus Potsdam, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 6. Aus Äquatorial, mit Gunea, riesen Schwesternahme. Anjoma Genoveo. Neuer Spielstand, 30. Spielminute, 5 zu 1. Torschützchen, die Weltmeisterin, mit der Nummer 17, Yuki Nakasato. 3 zu 1 für die Gäste aus Potsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 31, Anja Mittag. 3 zu 1 für die Gäste aus Potsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 31, Anja Mittag. 3 zu 1 für die Gäste aus Potsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 31, Anja Mittag. 3 zu 1 für die Gäste aus Potsdam, 3 zu 0, Torschützchen, wiederum mit der Nummer 31, Anja Mittag. Lange hat es gedauert, aber wir haben das nächste Tor gesehen und zwar das 7 zu 1 für Tobi Bodstam. 3, Torschützchen, wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Nummer 10, Patricia Hanegecki. Anja!